so werden wir jetzt spielen profilaxo und rangikur ach du scheiße und haben wir noch einen gegner oder ja ich muss erst kurz items haben noch gegner natürlich dann muss ich aber auch mal ein neues team machen war okay wir haben gewonnen ich mache mir wieder was neues oder ich wollte jetzt die videos mitnehmen das hat mir jetzt die duschen gemacht ja nicht schlecht dann wechsle ich aber mal schnell noch aus da weißt du wie hoch die gerankt wurden naja polcher war der ente der gg geschrieben hat naja so sind sie pokémon geiern ja wer nicht wann wer noch mal die pokémon verteilt also also morgen immer nicht das ist ab jetzt wie heute so wissen noch mal ja profilaxo ist ein profilaxo stubert michael mit michael ist er kann man auch innen gehen dann auch nie merken was du ich habe jetzt schon mal ganz und jetzt fast voll ne ich hab jetzt schon mal ganz und jetzt fast voll ne ich hab jetzt immer noch volles ist dann durch halt oder welche du bist da hast du der wirst ach so bist du sicher wie ich es damals auf aufsatz 1 das schwächste fliegt ruhig dich jetzt mal hab ich doch mal zurück auch habe ich so lustig warum haben wir zwei evolution teams jetzt aber halt anderes setzt na ja das ist mir egal ja weil sabrina kann ich die zockt ja und lauris gegen den bildschirm ist der tryharder lauris kann auch nicht ich kann auch nicht hab ich ja gerade gesagt du tryhardest hä wir spielen zusammen ja ich tryharde gerade in starcraft was ist da aber ich habe einen stift verloren ich finde ihn nicht im video warum kaufst du nicht warte einer ich muss noch eine attacke kurz austauschen warum kaufst du nicht für 5 euro so ein paar stifte von amazon ja immer wir brauchst du nicht ja immer zählt das auch wenn ich jetzt ein spiel vorbestell die weiterdenken kriegst du dann auch diese boni ja klar so lange du mein leben bestellst krieg ich alle bonus also alle boni achso also zählt das auch bei vorbestellung ne ja klar die boni also die prozent krieg ich halt erst bloß wenn das spiel da draußen ist und du hast es dann ja aber du kriegst nicht den vorbestell ok bin fertig darum geht es doch kurz achso ok ich glaube er meint er hat den vorbestell nein ich rede um die 3% meinte ich achso alles gut ja hat dich gerade ein bisschen komischer gehört ach mein gott meine ganze tasse ist verstopft ey warum? gemischtest du damit? ich habe ein bisschen erkältung geholt weil die ganze zeit ist hier bei uns immer warm, warm, kalt, warm, kalt das Dienstag solltest du morgen schon arbeiten müssen es erarbeitet nicht es gibt auch Ärzte am Samstag achso und krank ja ich muss den 3% und eigentlich muss ich aufstehen um was zu tun? und dann um 5 Uhr zur Arbeit also was? um 5 Uhr muss ich zur Arbeit beziehungsweise muss ich da sein machst du krank? was arbeitest du denn? war natürlich durch dann kannst du ja wirklich zum Arzt gehen ja weiss ja ja weiss ja ja das ist das ist eigentlich auch freiwillig das Arbeit was ich jetzt mache was soll hat jemand einfach in die Hand genommen oder? ah jetzt ich brauche das Geld wir sind gerade jetzt zwei einzigen die auf Pokémon streamen ja cool hast du gar keine Amis? ne 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 Amis das ist klar aber bei Deutschen ist ja klar aber keine Deutschen Deutsche gibt es ja auch so wenig so achja stimmt ich sollte mir mal ein Team machen sooo naja ne es kein Muss vorgeht aber ein Mega Stein nicht ja ja wie gesagt wir können ja wieder so tun als wenn mein Wieser Flo ein Mega Wieser Flo ja grüß dich mach ich nicht so effektive Attacken dann passt das schon warte ich ach ich nehme einfach das Team was ich gegen Loris mit hatte nehme ich einfach mega mich ach ne noch ein Tryhard Shit nee das war jetzt nicht so ein Tryhard ist dein S4 defensiv oder offensiv? teils teils also es wird schon klappen es wird schon klappen es wird schon klappen ich bin ich bin mal kurz weg jo was hat er was gesagt? nicht ich habe was gesagt nein Bliemann hat aber was mit meinem Namen gerade gesagt was hast du gesagt? ich habe kein Wort gerade verstanden was er gesagt hat ich habe kein Wort gerade verstanden was er gesagt hat der Cap hat gesagt er geht gerade weg wem hat es gesagt teils teils wird schon ich habe gesagt muss Lapun gehen nach dem Kampf verdrückte Blase ja erstbeispiele bei B-1-Sync vorbestellen so Star Wars Battlefront so die hätte ich dir echt eine Phase 4 holen sollen geil ja gut nächstes Monat über B-1-Sync Phase 4 kommen Das war mir so klar, deshalb habe ich mich noch extra gefragt. Das passt doch, das passt doch. Wirklich? Na klar, pass auf. Was will ich einladen? Welchen Reflektor machst du? Ich mach kein Reflektor, mach du. Was ist denn da? Mach Reflektor. Ich komme. Natürlich mache ich Reflektor, denkst du, ich bin doof? Das ist ein geiles Lied, ey. Stell dir mal bitte dahin. Der macht da eine für Barriere oder so wie das heißt. Das Problem ist, es gibt jetzt kleinen Verhöhner, aber er weiß nicht welches Filial er nehmen soll. Bingo. Außer er wartet jetzt eine Stunde. Als wir uns abgesprochen haben. Erstmal eine Stunde überlegen. Rina? Alligator. Lied, was ist los? Hey, Moment bitte, Mensch ey. Stress nicht. Da ist übrigens ein Euckel, du brauchst ein Pass-Docker. Naja. Bei dir drinnen. Okay, das Radigato ist Valschar. Naja, klar. Physisch. Physisch. Ne, doch, falsch. Ich glaube, physisch. Also ich nehme dann meinen Vlog ist mit Valschar mit. Ja, das musst du machen. Was mache ich denn? Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich hätte einfach auswechseln sollen. Ja, jetzt so. Wieso, was hat er jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Also Earthquake Panel in your face. Toll. Da gehen sie da hin. Fabian, hast du da bei deinem Sianer Leerzeichen gemacht, als du den Namen eingegeben hast? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, hab jetzt nie. Weil irgendwie steht das irgendwie ein bisschen weiter weg. Das ist irgendein gepowersabtes, glaube ich. Das Problem halt, ne, gegen Scarfa hast du halt echt ein Problem. Das ist nicht. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, we have spinach ready. So, we have spinach ready. Oh, class behind him. Da, they kill. Erstmal kriegst du einen Toll. So. Move your body, baby. Oh, kapalows. Kapalows, kapalows, kapalows. Oh, nice, sehr schön. Das Ravigator, ne? Das ist mies, ne? Richtig mies. Oh, da wird er wieder gedroppt. Da muss ich da mal hingehen. Ich hasse das, wenn die grad bei mir droppen, ey. Also, ich dropplos auf dem Klo. Oh, fress sie jetzt mal. Jawoll. Das Information, Leute. So. Bam. Ne, ich bin raus aus dem Game. Du kannst ja echt nix ausprobieren, ne? Das ist... Warum bist du raus? Hä? Ach? Ne, für sie. Ne, weil das ist zu krass. Jetzt, Gegner-Team. Ich kann... Meine Pokers sind... Arsch. Oh Gott. Also, die rechte Seite ist zu krass. Kann jetzt nix mehr machen. Du weißt, wer was Couscous ist? Was ist mit Couscous? Couscous, kennst du das? Ja, genau. Du musst es erklären, ey. Oh, das ist so geil, ne? So, erstmal ein Foto machen. Du meinst, Riot is too strong for you? Ja. Couscous! Was möchte Riot? Das wollte ich übrigens auch spielen vor uns. Na? Na? So, kann man loslassen. Krieg das für dich, keine Angst. Fabi, nicht verzweifeln. Nee, nee. Ich überlege gerade, ob ich noch was machen kann. Ja, super. Fertig auf den Weg. Nee. Nee. Jetzt, wo er Aerodactyl wird, der wird in den Steinhagel gehen. Ich hätte gedacht, ich kann jetzt noch auswechseln. Kann ich aber nee. Ach nee, ich seh schon kromm, ey. Lass mich mal über... Auswechsel. Patroni getropft. Ey, der Damage vom Steinhagel ist so. Ich muss bleiben und sterben. Das Stück bin ich nie rausgewechselt, ey. Ach. Danke! Jawoll! Danke! Du bist ein extremer Lackermann. Du bist ein extremer Lackermann. Was? Ein Stück gedreht. Und das Reiko rein. Hast du was zu protecten, ey? Nee, natürlich nee. Nee, scheiße. Oh, shit. Wie viel haben die? Ja. Deshalb hab ich ja gesagt, ich bin... Ich bin raus. Was, Frau Schaden? Ich bin noch nie ein Reiko gegenübergestanden. Ich weiß gar nicht, wie man das spielt. Weißt du, deswegen machen die Frauen einfach nichts. Und mit Leben, ob reicht das nicht? Krass. Wir müssen die Vikings killen. Wir müssen die Vikings killen. Warum meiner will. Oh, Bills. Keinen Fokus, Gott. Nee. Scheiße. Ich muss mich eiskahl zu kleiden. Das Ding ist ja, der kann sich beide töten. Auf was geh' man jetzt? Auf Xerox, das ist ne größere Betrugung. Die kommen von hinten. Oh, da geht's ab. Ja. Komm zu dir. Oh nein, warum hätte das nicht ausreichen können, bitte? Brrrrr. Wurzeln halt euch. Ach komm. Alles ein defensives, glaube der rustet sich jetzt einfach hoch. Ach so, ich bin besiegt. Liebe Träger, Träger sind okay. Boah, komm. Aha. Ach fuhr. Didi. Schade. Schade, schade, schade. Ja, der Scarfer hat's halt extrem gerissen. Lass mich doch einfach reinwurfen. Ach guck. Da machst du nix gegen den Scarfer mit Erdbeben, gegen Evo Team. Das ist einfach früher auswechseln sollen in Blitzer. Was denn? Na, Blitzer hat der Ballon. So, ja. Klar. Mal kurz mein Ladekabel. Gilby und Vologang wollen kämpfen noch. Hm? Gilby und Vologang wollen noch kämpfen. Ja, da machen wir uns ein neues Team, oder? Wenn du willst. Ja, weil die, die Leute im Stream können sich dann halt zu sehr drauf einstellen, was wir spielen müsste. Du kannst mit dem Evi Team nicht so gut prediken. Also, weißt du was ich meine? Was bauen wir denn? Was bauen wir denn? Rick's the Trainer. Ey, das ist echt krass. Was soll so viele Leute hinzukommen, diese Zeit? Ja gut, jetzt ist es ja Wochenende. Okay, das stimmt auch. Nein, mein Antrieger ist kaputt. Nein! Nein! Heul doch. Heul doch. Hast du eingesetzt? Was hab ich? Was hast du nochmal eingesetzt? Ich hab gar nicht gesehen, was du eingesetzt hast. Hast du? Na, keine Lesung. Meine Kaffee sind so voll. Ah, Trigger, lauf! Oh man. Aufschlagen wir lauf! Eigentlich fliegt das Ding ja. Oh scheiße, meine Kolosse werden verfolgt. Das ist blöd. Ich bekämpfe sie! Warte! Warte! Dann ist nochmal gewartet. Nix. Ah, ja. Gut. So. Wollte man vielleicht erwähnen, heute gibt's keine Pokémon. Jawohl. Ich hab gerade eigentlich aber... Was sollst du? Ich hab auch alles verloren. Bisschen Kacke. Ja, ich hab auch alles verloren. Alles weg. So. Wer kommt denn noch mit? 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 Wollte man eigentlich mal Donfarns machen? Donfarn? Donfarn. Hab ich. Geil. DPL confirmed. DPL confirmed. DPL confirmed. Ja, hab ich mir überlegt. Als Binder ist das ganz gut, aber ich hab halt schon die vierfache Eisschwäche drin und die will ich mir nicht noch mehr reinholen. Do you know? Wie ich mit meiner Flugschwäche, ne? Zum Beispiel. Ja, ich brauchte das Ding leider.